Na Leute zusammen, hier ist wieder heutzutage und schau euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar durch euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partysink-Kisten öffnen und dazu war ich schon wieder fleißig, hab mir ein bisschen was zusammengesammelt. Ich hab hier 20 Kisten vom Partysink-System, geborgene Truhe mit Vorräten heißen die und da brauche ich noch das ein oder andere Item. Unter anderem brauche ich noch zwei Sachen vom Schamanen, Wellenspringer-Handschuhe und Wellenspringer-Schulterstücke brauche ich noch und ich hoffe, dass ich das ein oder andere rauskriege. Wir wollen insgesamt von den 27 Kisten, die ich hier habe, 20 öffnen und ich hoffe, ich kriege eins von den Items, die ich noch offen habe. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Erstes Item ist ein Kopf, den brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir die Hosen, die brauche ich auch nicht mehr. Eine Waffe, noob. Eine Trinket, nein, das brauche ich auch nicht. Eine Brust, die brauchen wir auch nicht. Trinket, ne, sieht schlecht aus. Noch eine Brust, oh boah, ja. Komm, gib mir die Handschuhe, die hätte ich ganz gern. Nochmal eine Waffe oder so. Nochmal, oh, what the fuck, warum kriege ich jetzt... Dreimal habe ich die Brust schon gekriegt, okay. Okay, einen Ring, den brauche ich auch nicht. Dann haben wir nochmal eine Waffe. Oh, weia, ich sehe meine Fälle schon schwimmen. Nochmal ein Trinket. Okay, die Brust ist jetzt viermal geprockt, sonst kriege ich halt extrem oft die gleichen Waffen, ne. Aber hier, tatsächlich, die Brust prockt andauernd. Handgelenke, ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Noch eine Waffe, wie viel haben wir denn jetzt aufgemacht? Ich hatte, ähm, 27, ne. Fünf können wir noch aufmachen. Den Kopf, den brauchen wir auch nicht, den hatten wir auch schon mal. Einen Hals. Einen Ring. Och, wenigstens ein Item hätte ich ganz gern. Nochmal eine Waffe. Oh, weia, nochmal die Brust, das kann ich mir doch nicht erzählen. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Jetzt habe ich noch sieben Kisten über. Leider war das eine komplette Nullnummer. Und ja, dann werde ich nochmal ein paar Kisten zusätzlich fahren. Und eventuell, ähm, kriege ich dann wieder 20 zusammen. Und dann können wir wieder ein kleines Opening-Video aufnehmen. Und vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Glück. Ich brauche ja noch ein paar andere Items. Äh, eins vom Demon Hunter. Zwei vom Schamanen sind's. Und dann sind's noch einige vom Schurken und Todesritter. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und ja, sobald ich wieder genug Kisten habe, würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.